Los! Ich will mich als Hotdog sehen! Schick! Wow! Ja, doch, das gefällt mir wirklich unglaublich. Ja, doch, ich finde, hat was, oder? Kitty, die Hotdog-Wurst. So. Nein, nein, nein. Also, machen wir mal runter. Was? Ja, jetzt könnte ich natürlich gucken, was ich anziehe, so normal, wenn ich normal rumlaufe, oder wenn ich doch mal auf Party oder so gehe. Ist natürlich auch verschieden bei mir. Jetzt gucken wir mal durch. Oh mein Gott! Ah, das ist das eindeutigste Bühnen-Outfit, glaube ich, von Katy Perry. Oh mein Gott, das ist so cool! Also, sowas in der Art, so Hosen zumindest, würde ich zumindest auf jeden Fall schon mal im Sommer anziehen, so, in der Art. Aber jetzt so, natürlich, muss ich auch nicht immer mit sowas rumrennen. Oh Gott, ist das cool! Oh Gott, ich liebe es jetzt schon. Oh mein Gott! Ah! Also, bei sowas, muss ich ja ehrlich gesagt sagen, sowas würde ich tatsächlich auch in echt anziehen. Ich habe auch so ein ähnliches Kleidchen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, ich bin verliebt! Oh mein Gott! Also, da überlege ich ja gerade schon, ob ich mir das kaufe. Oh mein Gott, was ist das hier? Das gehört... Katy Perry, oh mein Gott, ist das toll! Das ist aber auch toll, oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist alles so toll! Oh mein Gott! Das ist so kitzig! It's so kitzig and we're gonna die! Oh mein Gott! Ich... Oh, ich bin verliebt! Jetzt kann ich sterben. Okay, jetzt gucken wir mal hier... Was ist noch... Ob es jetzt... Ich mag das nicht behalten, aber ich will jetzt mal noch gucken, was hier so drin ist. Und jetzt tue ich mal eben kurz einen Schluck Trink hin. So, Dali, dann schauen wir mal weiter. Es lädt noch immer... Oder nicht? Ich glaube, es lädt noch. Ah, jetzt ist es fertig. Okay, gucken wir mal runter. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich zu sowas kitschigen, weil ich tatsächlich ja auch viel so kitschigen Kram habe. Ja, sowas ziehe ich natürlich in meiner Freizeit an. So gehe ich zum Aldi oder so. Dieses T-Shirt gibt es ja tatsächlich von Katy Perry. Das wollte ich mir wirklich schon mal kaufen. Oh mein Gott, ist das toll! Oh mein Gott! That's so kitschy! Ah, hier, die kenne ich auch, aber die... Nee. Was hat die denn da als Hosen da so dazu? Schön, ich könnte eine Meerjungfrau machen, aber nee, mache ich nicht. Gott, ist das cool! Es ist so cool! Ich werde, glaube ich, echt so ein Kleidchen anziehen, weil... Weil ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Einige von meinen Freunden sagen ja tatsächlich, dass ich die kleine Katy Perry bin. Also früher vor allem, als ich noch schwarze Haare hatte und so ein Pony hatte, da sah ich dann noch mehr so ein bisschen aus. Also so vom Kitsch-Faktor her könnte das tatsächlich ja hinkommen, dass ich auch so ein bisschen kitschig drauf bin. Ich meine, ihr kennt mich ja. Vor allem mit den Katzen und den Cupcakes und alles. Und ja, jetzt... Psy, wie wär's? Ich würde jetzt sehr gerne weiter runter scrollen. Das wäre sehr, sehr cool. Hast du jetzt dann mal alles geladen? Ah, jetzt hat... Jetzt hat er alles geladen. Da gibt's bestimmt so coole Katy Perry-Hosen. Ich wollte mir dieses Jahr auch so eine Pickel Hotpants kaufen Aber irgendwie habe ich keine richtige gefunden, die mir gefallen hat Uh Ist natürlich auch schick Das würde ich eher zum Baden anziehen als in die Stadt oder so Oder was weiß ich Auf einem Festival oder so kann man das mal machen Aber Ist mal ehrlich, kann man auch so nicht rumrennen Geht doch nicht So, weiter runter Jetzt muss das alles erst wieder laden Ey, ist ja voll blöd Voll blöd Ich weiß eh schon so ungefähr Was ich jetzt anziehen möchte So Haben wir es? Ja Und zwar Sowas Aber ich glaube Es wird tatsächlich eins von diesen Kleidern Ich glaube Das da Das da ja Oder das da Oder das da Was ist das da? Nee Nee Uh, das wäre auch witzig Fall mit Cookie dann Ja Entweder das da Oder das da Ich glaube Ich nehme das da Ich habe nämlich eine gute Idee damit Die Ich Jetzt nicht sage Aber Egal Aber ich glaube das da Ja Okay Schuhe Schuhe Was sind das da denn für Schuhe? Ist das schon alles? Ist das fertig geladen? Nein Ist natürlich noch nicht fertig Ja Bei Schuhen ist es natürlich so Ich ziehe nicht wirklich hohe Schuhe an Also Das ist äußerst selten Dass ich mal hohe Schuhe anziehe Ich bin da jetzt nicht so der Fan von Was sind das denn jetzt für Schuhe? Oh Gott Schrecklich Nee Riecht sie eher Ballerinas oder Turnschuhe an? Gibt es da denn nicht irgendwas Cooles? Oh Gott Also Schuhe hätten sie ja mal mehr reinmachen können, ne? Also Das geht ja mal gar nicht klar Gibt es hier irgendwas Sims einfach tierisch? Gibt es hier irgendwas von Ja Katy Perry Dingens An Schuhen Los Die Sims Katy Perry Süße Welt Oh Ich hätte keine Schuhe Das finde ich ein bisschen blöd Da hätten sie ja echt tatsächlich auch Schuhe mal reinmachen können Oh Jetzt muss ich mit denen rumlaufen oder wie? Schrecklich Schrecklich Los Okay Also Meine Schuhe Ich denke Dann ziehe ich Finde ich es jetzt dann vielleicht? Jetzt finde ich es auch nicht oder wie? Ah Okay Es gibt anscheinend nur bei den Männern Ruhe Chucks Dann Muss ich halt Solche anziehen Und Die bearbeite ich mal noch Äh Aber es ist so ein komisches Das ist so ein komisches Grau Was weiß ich Da habe ich Eigentlich Leder und Pelze Ich habe Leo Chucks Das passt wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht dazu Naja Naja geht schon Meine sind zwar eigentlich hoch Aber ja Passt So Ja Ich ziehe zwar eigentlich mehr meine Vans an Aber Gut Das lasse ich jetzt an Ähm Schmuckmäßig Ziehe ich nicht zu viel an Los Hallo Okay So Jetzt Abendkleidung Was ziehe ich an Abendkleidung an? Okay Das Lied wieder ewig erstmal Ich werde übrigens die Musik ausblenden Hier bei den Erstellmodi Weil die darf man ja nicht hochladen und dann ist es immer gesperrt ein bisschen. Und das nervt mich dann. Deshalb werde ich einfach irgendeine andere Musik drüber klatschen. Also was würde ich denn abends anziehen? Sowas nicht. Abends ziehe ich tatsächlich dann, glaube ich... Hups, äh, nein. Äh, ist jetzt hier der Unterschied? Ja, sowas könnte auch hinkommen. Was gibt es hier jetzt noch? Äh, oder sowas? Ich überlege gerade, wie sauen meine... Ja, ich denke, das könnte hinkommen. Aber eher in... Äh, Moment. Äh, das da weiß. Und das da schwarz. Hier runter? Ha, schön. Ich habe dazugelernt. Ja, ich denke, so könnte meine Abendkleidung aussehen. Ein bisschen kurz. Mein Kleid würde weiter runter gehen. Ich habe sogar eigentlich so ziemlich so ein Kleid. Nur meins geht bis knapp über die Beine... äh, Knie. Das ist jetzt nicht ganz so kurz wie das hier. Nun ja. So. Ha, Schuhe. Auch hier bin ich eigentlich nicht so der Fan von hohen Schuhen. Äh, mach schneller. Mein PC ist so langsam. Ist er nicht. Aber egal. Ich habe zu viel Zeug für Sims drauf. So, sind hier irgendwo schöne Ballerinas? Ähm. Hier haben wir doch welche. Aber die sind so komisch. Ledern. Aber die kann man doch bearbeiten. Ich will auf jeden Fall... So. Ich will keinen. So. Okay. Schwarz. Ja, ich glaube so... Ich habe rote meist dann so. Dunkelrot. Habe ich welche? Äh, nein. Stopp. Hier. Äh. Ach, egal. Wir lassen es jetzt schwarz. So. Ich weiß, ich kann jetzt hier auch, ähm, meine Frisur anders machen. Aber abends lasse ich eigentlich meine Haare auch immer offen. So, zum Schlafen lasse ich meine Haare eigentlich auch offen. Los, weiter. Schlafanzüge. Was ziehe ich denn zum Schlafen an? Momentan im Winter ziehe ich mich wärmer an als sonst. Aber gut. Ah, das hätte ich gerne so ein Ding. Das ist ja wirklich süß. Gut. Beinkleidung. So. So. Ja, irgend so ein Höschen. Äh, nein. Also, ähm, das passt schon mal nicht. So. Weiß. 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 Vielleicht so Punkte. Ich hab nämlich so ein weißes mit Sternchen eigentlich, aber... Verschiedenes... Textilien? Habe ich da irgendwas mit weißen... äh, mit Pünktchen? So? Vielleicht? Nee, das nicht. Das da vielleicht? Was ist denn das Pünktchen? Schaut irgendwie komisch aus. Äh, das da ist weiß... Okay, nee, das nicht. Das da ist aber weiß. Und das da... Nee, andersrum, Mist. So rum. Also, weiß. Und das... Schwarz. Und das da ist... Nicht vorhanden. So. Schwarz. Und das da auch. Schwarz. Okay. Fertig ist mein Schlafhöschen. Äh, jetzt noch ein Aber... Oh, äh, Aberteil. Oberteil. Top. Was ziehe ich denn als Top zum Schlafen an? Da ziehe ich eigentlich alles mögliche an. Los, runter. Da ziehe ich. Oh, der ist ja süß. Der ist echt niedlich. Aber wenn man im BH schlafen darf, wäre es mir viel zu kalt. Ist ja auch hübsch. Ähm, dumm, dumm. Irgendwie sowas könnte schon hinkommen. Cool. Cool, Katze. So, was gibt's hier noch so? Aber das sind ja irgendwelche Pullis. Ich schlafe eigentlich nur sehr selten mit einem Pulli. Äh, ja. Oder das da? Oder ist das? Nee. Ah, das da oder das da? Glaube ich das. Ich lass das da. So. Und hier Accessoires. Da gucke ich jetzt mal. Irgendwelche Söckchen. Wären hier ganz cool. Oder ist das denn hier bei Dingensbums? Ich weiß es nicht. Jetzt erst mal runterscrollen. Los, runter. Runter. So. Ja, an den Ohren muss ich eh nie viel machen. Übrigens, weil ich hier Tunnel habe. Deshalb trage ich da höchst selten irgendwelche Armbänder oder so. Äh, geht's hier nicht so gut? Richtig dicke Socken oder so? Ja, ein Knutschfleck. Ähm. Ja, also so richtig plüschig wäre sehr cooler. Äh, momentan habe ich... Ich kann ja einfach mal das nehmen, was ich momentan dran habe. Momentan habe ich lila Plüschsocken. So irgendwie hässliche Farbe, aber... Äh, pff. Hässlich. Das schaut echt scheiße aus. Ich mache keine Socken. Äh. Äh. Mach mal bestätigen und dann machen wir die Socken wieder weg. Los. Ich mache keine Socken. Wo seid ihr Socken? Ich möchte euch nicht. Ihr wart ein Fehler. So. Okay. Aber ich habe Plüschpantoffeln. Da habe ich momentan welche an sogar. Sind grau. So. Okay. Meine sind zwar Hasen. Also so Häschen. Aber Katzen sind ja noch besser. So. Schlafanzug müsste auch so passen. Derm dem 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 dem. Dim 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 Dum-dum-disch.